Ah, ne doch, sie lebt noch. Was heißt noch, wieder? Ist dein Ernst, oder? Ich bei dem Select dafür... achso, du hast auch ein Self-Review, okay. Ich dachte, das muss hier zu dir hinterlaufen, hier. Wieso habe ich mal 20 mal weniger Kills als du? Fühle ich mich ganz leicht mit diskriminiert. Oh, das wollte ich nicht. Der Fug. Also hier auf N. So. Der Juggernaut dürfte auch irgendwann vorbeikommen, oder? Schöne... Mh... Ob sie hier für den Fall... Ha... Hammer geil. Der Fug. Scheiße. Ich hätte dir mal Munition holen sollen für die Waffe. Leeg. Boah ey, also so laggy zu spielen ist heftig. Boah, Standbild gerade hier ey, geht gar nicht. Dem haue ich auch gerade seine dritte Salve in den Wamst rein. Boah, geht gar nicht. Ehrlich mal ey. Was soll die Affenscheiße? Ich brauche echt einen besseren PC, Alter. So einen richtig fettgeilen Gamerrechner. Natürlich so einen kleinen Piss-Laptop. Ich glaube, das wäre schon mal einiges besser. Aber jetzt kommt ein Juggernaut. Scheiße, ja. Ja, hast du einen Predator? Oder machen wir den? Ich habe C4. Ja, ich auch. Ich komme dir mal zur Hilfe. Du Idiot. Scheiße. What the fuck? Ja, das war dumm halt von mir. Sorry, Alter. Richtig dumm. Ich darf mich jetzt hier um den kümmern. Ey, was warum blieh dich jetzt noch aus? So ging es. Das war mein C4. Ja, ich bin gerade wirklich nicht in hohe Form, Alter. Echt nicht. Du meinst noch zünden, Alter? Du hast zwar schon hochgejagt, aber ich habe den Zünder noch. Den Zünder hast du immer. So, was holen wir denn jetzt? Ich soll mich mal Self-Review wieder. Da kann ich gar nicht so gut drauf. Da ist noch jemand. Da ist noch jemand. Wir sind stark, die neuen Alter. Die sind richtig stark. Boah, Alter. Okay. So, aber jetzt ehrlich mal. Das Leggen, das ist echt scheiße. Kann ich hier vielleicht irgendwie was? Hier habe ich schon alles runter. Nee, Alter. Ich bin richtig was aufgenommen. Fuck. Mensch. Hier, geht doch nicht. Ich helfe vielleicht irgendwo mal zu campen oder so halt. Weißt du, ich soll einen festen Ort einzurichten. Das könnte vielleicht ganz hilfreich sein. Was meinst du? Ah, nee. Ich fände lieber rum auf der Map. Das ist eigentlich praktischer. Na gut. Also, wir haben gerade einen Delta Force geholt. Okay. Ich überlege, ob ich vielleicht auch mal hinterher gehe und über Luftunterstützung irgendwas hole. Vielleicht nach der nächsten Welle. Ich könnte auch deinen Sentry Gun bewachen einfach. Da habe ich ein bisschen was zu tun mit. So, weiter geht's hier. Boah, ist das laggy. Okay, auf den Fällen bringt das gar nichts. Reinrennen, reinrennen. Reinrennen, reinrennen. Gott, was geht. Ich treffe ja nichts mehr. Ich habe gerade meine Pumpe verzogen. Ach du Scheiße. Also, irgendwie ist das gar nichts hier gerade. Das läuft alles noch nicht flüssig. Über jetzt, wo gerade gar nichts kommt. Lags sind wenig, ey. Das ist richtig beschissen. Okay, andererseits. Nebenbei halt eben noch hier mit dem Server aufrechthalten. Da noch Hamachi. Okay, da muss ich nicht liegen. Aber warte mal. Vielleicht, wenn ich Skype beende. Vielleicht geht's dann besser. So, ja. Da war gerade mein Skype. Das Strike. Moment mal, kommt der gerade? Ja, da kommt was. Die Sentry kriegt gerade ordentlich ab, anscheinend. Gut, mehr? Okay. Er ist ein Sentry-Gunner-Marsch. Ein Sentry, ah doch, jetzt. Wir üben, wir überleben länger als geplant. Stimmt. Wie wär's? Nächste Rolle gehen wir drauf. What the fuck? Hm, könntet ihr euch auch. Gar nicht, ich wollte gerade sagen, gar nicht mal so abwegig, der Gedanke, alter. Ich werde hier gerade mal ordentlich zählen, dem Juggernaut rein. Ich glaube, ich überlebe das nicht, weil ich keine Schutzwesten mehr habe. Ja. Ja. Ist so. Gut. Jo, hi, ich bin hier drüben, wenn ihr mich sucht. Ich bin die Promoters. Ah. Ich bin Level 8. Welcher Level bist du mittlerweile? Hm, 27. Amnest. Puff. Ich bin ein Blatt. Wiegeoner. Tschüss. Und die .